Herzlich Willkommen zurück zu Fallout 76 mit Quincy6860. Hallo! PiraxLB! Hi! Hi, Hi! Hallo mit mir, PsychoDead. Schön, dass ihr wieder am Start seid. So, es geht weiter mit Ötland. Richtung Abenteuer. An diesem wundervollen Funk-Antennen-Dienst. Oh Gott, aber da hast du einen ziemlich gefährlichen Sprung gemacht. Was haben wir denn jetzt überhaupt hier erreicht? Das habe ich noch gar nicht gedacht. Eine Beute, die Beutebräute zurückholen. Aber ich glaube, da hättest du ganz schön Lebenspunkte verloren. Das glaube ich auch. Die hätte ich auch nicht unbedingt übrig gehabt. Nee. Tägliche Ereignisse. Fundbare Erde. Genau, das bleibt uns noch. Warte mal, sonstiges Holdern verloren. Ah ja, das kann ich vergessen. Ein letzter Abreise, untersuche den Flughafen Morgentown. Gut, das habe ich jetzt weggemacht. Mein letzter Abreise, baue den Verstärker ein. Ja genau, wir müssen wir nochmal. Aber... Ach hier, hier soll man den aufbauen. Hier. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ah, hinter mir. 53 Meter. Ah, okay. Alles klar. Okay. Ach, an dem Ding. An der kleinen Antenne sollen wir den aufbauen. Ach, toll. Ist alles zu? Ach hier ist auch... Ach hier? Mh. Mh. Ich will auch noch was. Ach so, da waren wir schon. Da waren wir schon. Aua! Gut geschossen. Wer hat auf mich geschossen? Genau. Ich habe selber einen abgekriegt. Eine Abpralle habe ich abgekriegt. Eine Abpralle habe ich abgekriegt. Thorsten? Thorsten? Mh, 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 mh. Eine Red Kakerlager. Ach, ja. Toll, ich habe den Schuss auf mich geschickt. Ich wollte mal... Du auch? Ja, natürlich. Natürlich. Und ich auch. Vielleicht auch. Zugang für Richtfunk-Bauteil. Ich habe hier noch ein bisschen Endes der Geschossen. Zugang für Richtfunk-Bauteil. Bauteil. Auf geht's. Thorsten, Zugang für... Ach so, da kommt's her. Ja. Ich baue mal den Verstärker ein. Ja, gerne. Verstärker entfernt. Verstärker entfernt. Ja, dann sind wir endlich Level 8. Also du bist es ja schon. Ja, schon. Sorry. Kommt vielleicht davon, weil ich immer alles mitkriegen lasse. Alles hat geklappt, Junge. Ja. Sehr gut. Was, 10 Millimeter-Patrone entfernt? Hä? Hä? Wieso das denn? Hä? Ach, hier, äh, hier. Dingsbums, hier, äh, Roboter. Fünf Stück. Protektronen. Ach, Mensch. Ich komm schon. Ja. Ein bisschen, ein bisschen Müllschrot verursacht. So, zack. Echt? Eih? 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 hau ab hier. Hau ab hier, Mann. Du rennt er nicht. Okay. Hab ich schon mal? Gott, oh Gott. Oh, die Wache hat aber richtig Power. Scheiße. Er hat am Leiden. Wache hat sehr viel Power. Ja. Guck mal nicht so einfach klein. So. Er kann nicht rennen. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja, ich kann auch nicht rennen. Scheiße. Oh ne, gut. Guck mal. 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 Ich kann sogar auch favoritened restart it. eh. Muß mal wieder hoch kommen. Oh, Mangels. Guck mal. Guck mal guck mal. Eng. Und als die gewerlde solder die Stille richtet. Teamha Pau google 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 hier. hießen dieser baseball genau egal irgendeine handgranate ja aber wie hieß dieser baseball noch mal habe ich nicht nämlich molly ich nehme monotov ich musste mich hier verstecken zwischen den fast erledigt wo seid ihr oben noch im zwischenbereich ich nehme eine impulsgranate muss jetzt hier erst mal wieder hoch und der gegangen die bergner runter gegangen man das auch halten ja ich war ohne ab wie viel habt ihr noch zwei die beiden 26 ja scheiße ich kann ich mal gleich bitte alle geräte ab und ich kann den molly nicht werfen doch mit alt ach mit alt hier geht nicht da sind wir aus dem kolbenhauer ich bin jetzt unten wo treibt ihr euch wer ist unten der marken ja ich will hier einer läuft mir hier oben hinterher ich hab kaum noch lebensenergie und ich hab kein stimmbach mach sie was ich komme zu dir ich lass dir da bei der nähe ein stimmbach fallen wer ist erledigt der komische robbi rob der geächtete robbi rob der geächtete zeiko hundefutter bleichschmott ja gut wo ist noch einer ganz unten liste ganz unten liste wo ist er noch ganz ein robbi rob suche ich noch also diese dinger färzen hier ich bin hier magst du ja 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 hatte der hat sich auch gleich erledigt ich kann schon weit unten alles dann eine neue granate nehmen damit der mini mit der granate und ist er im pack ach Quatsch so auch er ist auch erledigt sehr schöne und da haben wir etwas tolles dabei daran erkennt man mal dass unsere waffen voll der schrott sind ich habe auf jeden fall ein skillpunkt dazu bekommen das heißt ich kann mir werden Kärtchen aus jetzt um die Versteckung wo seid ihr seid ganz unten da ihr kommst ja wir sind ganz unten oh jetzt noch irgendwie ich höre auch ein wo 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 ich sehe nicht aber ich höre in da wo da wo die Supermutanten drin waren Alter wo ihr richtig Action reicht diese Folge war wo ist der Typ das ist ja doof mit Alt linke Alt-Taste das habe ich das also das muss man bei mir weiß was nun Kolbenschlag schnell umlegen Einstellungen das gefällt mir an die Steuerung warte mal Alten Linke Shift Linke Alt-Taste da ist er Maus-Taste 5 Ach hier sagt das ist der Protektron Deiner? Hier ist einer ja hier ist einer direkt vor meine Nase ich glaube ich kriege sie ganz gut alleine hin glaube ich aber ich wollte den Punkt haben ja das ist ja nochmal aber die Wache die war ja ganz schön oh ja gut stufe 26 wir müssen jetzt hier hoch an das Terminal an das Terminal draußen draußen ja ich bin hier wo bist du denn wo sind wir hier oben ich muss noch wieder zurückkommen ich hatte doch was eingestellt wo müssen wir jetzt ach hier müssen wir jetzt ja hier genau alle zusammen oder nur einer dauer einer ich glaube das kann nur einer ich versuche das zu aktivieren ich habe so vollen Versuch vorher ging es nicht jetzt ist es ein status mit überprüft ich möchte auch mal gucken ich möchte es nicht mit Energieversorgung also irgendwas stimmt da noch nicht ne Signalstärke anpassen ich pass mal die Signalstärke an ne es wird die beiden Fehler angezeigt also irgendwie geht es nicht also hier kaufst nicht hin was haben wir denn da unten hin gekriegt bis Komponente ist jetzt online ich muss schon wieder was essen ich hab schon wieder klar bei mir hat es geklappt ja ja sie haben mir gerade geholfen das Notfallübertragungssystem der gesamten Region anzuzapfen denn einer wahrscheinlich aber genug geplaudert das ehrlich ich hätte nicht gedacht dass sie mein Signal zum Laufen bringen würden weiß ich nicht eigentlich wollte ich sie töten und mir jetzt vornehmen wenn sie zurückkommen als sie das überhaupt geschafft hätten aber es wäre wohl wirklich arschig von mir das jetzt zu tun also ich bin das was man einen Raider nennen würde töten, rauben und betrügen sind mein Ding und dank ihnen habe ich ein funktionierendes Radio jetzt kann ich also andere gleichgesinnte finden und wir können uns alle verbinden sie haben uns Tor und Tür geöffnet treffen sie mich in Top of the World wenn sie die Gelegenheit dazu haben ich habe nicht mit Energieversorg ich kann hier nichts machen ok jetzt kannst du jetzt kannst du ja geht los bei mir alles klar ok baue den Verstärker ein steht da immer noch bei mir jetzt steht da kehre zurück um mit auszusprechen aha ok also muss ich den Verstärker nicht mehr einbauen oder wie? hä? schauen wir nicht wir gucken mal verwirrend aber gut dann machen wir das und der Verstärker der gehört hier hinten rein ok ah bei mir wird es immer noch angezeigt dann muss ich es tatsächlich auch machen ja 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 aha aha siehste sehr gut ja ja jetzt ist es auch wirklich verschwunden abgeschlossen kehre zurück um mit auszusprechen leite Strom zum Verstärkern aha ich möchte es auch umleiten genau und dann kriegst du auch gleich gleich genau und kriegst du auch gleich eine Vorstellung von ihr dass sie ein Raider ist tralala augenbot ciao augenbot ne ich hab keine angst rot deck drauf werden entwürze wiederhergestellt sein natürlich warte mal ah ok der brennt immer noch ach siehste 26er ach du scheiße aber jetzt hat er es doch glaube ich geschafft ne oh toll wir hatten den geschmissen ich gerade ich hab was ausprobiert ich weiß jetzt wie ich äh ja das war gut dass du das ausprobiert hast ja aber ich bin reingerannt weil ich es nicht gesehen habe ich hatte auch nicht gedacht dass es funktioniert ne aber das macht ja auch nix dafür sind die äh spielkollegen da sie halten auch gern mal die andere Arschbacke hin toll ja ja bisschen koste ich aber gut also vom fusionszellen habe ich genau ich brauche jetzt letztendlich martin möchte glaube ich die geschichte auch auch hören ja ich bin nicht super ich stand schon immer auf durchgeknallte frauen also das ist eine frau nach meinem Geschmack ich hab ähm 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 ich hab sie gehört ja wunderbar dann los und zwar wir müssen nämlich äh kehre zurück um mit Rose zu sprechen ja schon und das können wir sogar glaube ich per Schnellreise oder ja auf jeden Fall gucken wo müssen wir da hin letzter Tod hm Top of the world ne Top of the world hier an der großen einem großen Kübeldingsbums Böppel mit dem Böppel mit dem Böppel mit dem Böppel mit dem was ist hier tatsächlich einschlagzone nicht gerade günstig aber kann man machen wo ist die einschlagzone da wo der große runde Kreis ist Top of the world da wollte ich hin auf geht's Leute ich mach schnellreise alles klar bis gleich 10 Krokotten boah das ist ganz schön neu ne 10 Krokotten aber klar ich glaube ihr könnt ihr das machst das zu teurer bittes ne weil das spiel merkt dann so ja ok die wollen ganze zeit die abkürzungen nehmen ne ja gut das kann das kann sein oder aber es richtet sich nach dem aktuellen Kronkorkenstand oder aber nach Level ach gut dass du Level erwähnt ich muss ja immer gucken was ich für Karten freischalten kann vielleicht irgendwas cooles ja also Stufe 8 schon dann mach das mal erst wir sind schon da also bei den Perksystemen sehe ich tatsächlich nicht durch ein Glück ja ich auch irgendwie nicht aber aber da bin ich nicht der einzige das habe ich schon in vielen Videos jetzt gesehen und gehört ja also ich sag mal so ich verstehe zumindest was die Karten bedeuten aber mir ist nicht so ganz klar inwieweit das überhaupt aktiviert wird und ob das aktiviert wird ja das ist auch so ein bisschen komisch für mich naja gut ich schau einfach mal nach vor allem dann kann man Karten sich aussuchen ja 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 annehmen kann nicht abgeschlossene erhöht leibwächter meisterhändler brauche ich nicht erste hilfe packer skill kann man mal gucken haben wir noch was tolles stärker aber schon gebaut eiserner magen die chance nicht nahrungsmittel kann zu wenn es um 30 prozent verringert langsamer metabolisieren stellen 25 prozent besser das ist geil oder durstlöscher beim trinken besteht ein 30 prozent geringe chance krank zu werden aber langsamer metabolisieren ist besser alle namensmittel stellen und dann wackeln die alle wenn du irgendwas hast ich sehe gar nicht durch manchmal dann denkst du hast den gerade runtergenommen ja zwei lehrer ja also muss auf jeden fall die karten immer nach oben liegen ja ja werden sie auch verwendet 48 durch weg gelöschen zu 75 genau einfach mit links klick anklicken manchmal auch zweimal und dann wird sie nach oben gelegt die karte dann wird die karte verwendet wird sie nicht nach oben gelegt wird und unten ist das ist das nur die karten die praktisch bekommen was in dem deck finden was aber die wenn nicht benutzt ja auch alles was ich also ich habe jetzt tatsächlich schneller langsamer metabolisierer genommen weil ich das geil finde alle nahrungsmittel stillen hunger 25 prozent besser so was ist sinnvoll sowas wie mehr kraft mit einer einhandwaffe beim erschaffen einhandwaffe oder zwei handwaffe anrichten ja da muss man erst eine solche waffen benutzen wir benutzen hauptsächlich pistolen oder naja wäre da ist ja wenig sinn also es ist manche sachen sind auch so ein bisschen ja aber wie gesagt es wird tatsächlich die einzigen das problem haben so gegenstand kleidung hilfsmittel abgekochtes wasser puff out fury 30 prozent mehr nagel am schaden 25 prozent schaden resistent minus fünf prozent wahrnehmung für drei minuten erhöht hunger und dorst ja sowas lohnt sich natürlich wenn du einen großen kampf vor die hast ja ganz genau okay jetzt geht's ab die sind richtig stark jetzt ist die haupt quest ist die letzte abreise und signal stärke sommer verfolgen okay da stehst du auf mich um mit rost zu sprechen keine ahnung ach hier was ist das für viel gewesen wiki achso warte mal sind andere und nein nein dieser käfer ja ja dieser eklige ganz vergessen aber ich komme zu dir aus dem weg ist noch ein anderer spieler ne ne geh ihm aus dem weg stark aua toll ich bin tödlich verletzt gerade konnte mal jemand bitte wer ja 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 ich bin unterwegs ich hoffe ich kann dir auch helfen oh gott oh Hilfe das ding wirft dir ja irgendwelche granaten oder so ein scheiß ja ne es wird nichts angezeigt ich kann nichts machen auch scheiße okay ich hab noch neun acht sieben tut mir leid ich hab grad geguckt alles klar dann hast du kein steampag ne alles klar kein steampag ja scheiße oh gott das schon wieder dieses starke Vieh der braucht ewig um die scheiß Strohkobie nachzuladen ja ja ist bei mir genauso wochen später jetzt wo ist Sophie ja wo sind das Vieh da sollte man echt auf Distanz bleiben wo sind das Vieh da warte ich hatte einen sehr eigentümlichen Traum na geh nicht zu nah dran das Ding kann granaten verschießen ne das sind so ne blutdecke ich weiß das Mistvieh so ne Mine ja ja vorsicht Miner an den Weg gestorben ach da lag ne Mine ach so ich bin durch 2 durchgelaufen ach so du bist die Mine ich dachte das Vieh hat das gemacht ne ne alles gut ne riesenexplosion ach so so 8 Schuss habe ich jetzt wieder wo ist das Vieh das Ding ist fast tot ich habe es runtergeschossen fast bis zum Tod aber es lebt noch komm wir machen es fertig jetzt wir vergeuden uns ich habe jetzt echt ja gerne ein Latsch ein Latsch und haben die anderen Spieler den Kalt gemacht kann auch sein ja tatsächlich da liegt was leuchtendes ja es war aber nicht das das war es nicht ne 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 das ist was anderes das ist leuchtende grübenhauer hab ich nie gesehen ah dieses Ding doch ich glaube die werden uns auch noch viel Freude machen ich habe schon wieder Hunger oh ne das ist doch bescheuert Standes Notiz Standes Notiz Senator ich bin sehr darüber verärgert dass uns das Militär im Pleasant Valley zurückgelassen hat und wir hier praktisch gestrandet sind viele von uns sind wichtige und relevante Mitglieder der Gesellschaft aber allem Einschein nach werden wir hier unserem Schicksal überlassen ich selbst habe ihre letzte Kampagne mit einer beträchtlichen Spende unterstützt und ihnen letztes Jahr sogar dieses sehr teure Weihnachtsgeschenk geschickt ich sitze nun seit mehreren Wochen hier und befürchte so langsam dass niemand mehr kommen wird wenn ich nach DC zurückkehre werden wir ein langes Gespräch über ihre Zukunft führen Senator mit freundlichen Grüßen und dann sind wir in der Stande Leak ISQ Interessant mhm 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 also ich finde das inventar mit essen ja du sagst du sagst du sagst du sagst ich habe nicht mal mein steampag sie sind alle hier reingegangen zirke und die ganze mannschaft aber ich glaube die sind längst weg und zirke ist doch ein netter kerl vielleicht ist da was essen wir haben irgendwie wollen wer probiert denn hier ja alles gut alles gut okay ich schaffe kippen ist freundlich alles klar wir haben uns gerade zu gewöhnen ich bin süßwasser ich bin süßwasser ich habe ja auch schon geklingelt kommt aber keiner ich bin schon mit dem sturmfeilzeug nimm ich bin selbst boy aber hier sind ganz viele plünderer ich glaube die andere sind auch die bild sind hier so wie dorsten wir müssten die aufnahme langsam alles klar wo seid ihr ich bin oben ich auch jetzt alles da hat ihn denn tschau freunde tschüss tschüss